Vertrauensbildung. Ohne Vertrauen kein Frieden in dieser Welt. Also die Wichtigkeit wird mit dieser Aussage unterschrieben. Die Wichtigkeit wird unterschrieben nicht nur auf einer Meta-Ebene, wie wir Frieden in Gesellschaften und Zwischengesellschaften sichern, sondern wie wir auch eben zu einer konstruktiven Kommunikation in unserem Leben als Menschen, als Leben in der Gruppe, als Leben in der Familie führen. Vertrauen ist etwas, was ursprünglich ist und was mit dieser Wahrnehmung, die wir angesprochen haben, ansetzt. Eben das neugeborene Kind nimmt seine Eltern, seine Mutter, seinen Vater wahr und ist abhängig. Er lebt eine grundsätzliche Abhängigkeit und generiert im Prinzip ein Vertrauen. Es muss vertrauen können, dass in einer bestimmten Zeit wieder jemand sich um ihn kümmert. Dass die und die Prozesse geschehen. Also da ist eine ursprüngliche Erfahrung in dem Kleinkind zu dem Thema Vertrauen, was auch die Basis ist für unser soziales Zusammensein und unser förderliches soziales Zusammensein. Vertrauen, aber bei einer anderen Ebene, ist immer zukunftsorientiert. Wie bei dem kleinen Kind, es vertraut, dass die Mutter, wenn es wieder vor Hunger ruft, dass die Mutter auch vorbeischaut oder der Vater vorbeischaut. Es ist zukunftsorientiert, es hat Vertrauen darauf und basiert aber auf Erfahrungen der Vergangenheit. Also ich kann mich auf jemanden verlassen, das weiß ich aus der Vergangenheit und ich generiere daraus dieses Vertrauen. Das ist der grundsätzliche Prozess, den wir haben. Vertrauen setzt dann eben auch auf Prozesse der, wenn wir jetzt die Prozesse aus der Kindheit verlassen, wenn wir in Prozesse in Organisationen hineinschauen und Familie ist auch eine Organisation, eine Institution, dann geht es auch um Fragen der Transparenz. Wie gehe ich mit bestimmten Entscheidungen um? Werden die transparent kommuniziert? Bin ich eingeladen, an diesen Prozessen teilzunehmen? Wenn ich ausgeschlossen bin an bestimmten Entscheidungen, die andere für mich treffen, dann weiß ich nicht, wie die zustande kamen und was die Hintergründe dafür sind. Also das ist etwas ganz Zentrales, Prozesse zu haben, auch Wissen zu haben, wie Prozesse aufgebaut sind in Konstellationen, in Organisationen, in Institutionen und wie wir an diesen Prozessen teilnehmen können im Sinne von Transparenz. Das ist sicherlich etwas, wo wir in vielen Bereichen aktuell Störungsmomente in unseren Gesellschaften vorfinden, wo grundsätzliche Vertrauensebenen verletzt worden sind, wo es zu Enttäuschungen kam, wo es zu Verletzungen von kulturellen Gewohnheiten, Regeln gekommen ist und wo Unsicherheit generiert wird. Und der Mensch orientiert sich gern in einer Umwelt, wo ein gewisses Niveau von Sicherheit vorhanden ist. Auch wenn wir Sicherheit nie vollständig erreichen können und wir uns eben auch in unseren existenziellen Entwicklungen immer mit dieser Unsicherheit auseinanderzusetzen haben. Also das ist diese Balance, die wir suchen zwischen Unsicherheit und Sicherheit. Und da spielt Vertrauen eine ganz große Rolle hinein. Und auch dieses Vertrauen ist etwas, was man erlernen kann, wie ich vertrauensvolle Prozesse gestalte. Ob das im Zwischenmenschlichen, ob das ist, wenn ich eine Liebesbeziehung eingehe, wie baue ich da Vertrauen auf. Da sind auch Erwartungshaltungen in so einer Partnerschaft, die ganz wichtig sind, dass man sich darüber austauscht, was die Erwartung von dem einen ist, was die Erwartung von dem anderen ist, was Ziele sind, die man in einer Beziehung gemeinsam gibt, was aber auch wiederum Wege sind, die der einzelne Partner aus einer Beziehung wieder einzeln geht. Und wo er auch wiederum wirklich in die Partnerschaft wieder zurückkommt, was die Partnerschaft wieder stärkt oder weiter sich entwickeln lässt, ohne dass aber das grundsätzliche Vertrauen in diese Partnerschaft dann riskiert wird. Das ist die große Herausforderung, vor der wir stehen. Und auf dieser Ebene, wenn wir jetzt so von diesem Urvertrauen des Kindes, was auch in der Psychoanalyse recht gut beschrieben worden ist, hier davon ausgehen, gibt es andere Psychologien, die Sozialpsychologie, die setzen da mehr spieltheoretische Modelle an und versuchen über solche Ebenen Vertrauensgrundlagen zu erforschen. Und da gibt es aus den frühen 50er Jahren ein sehr berühmtes Gefangenenexperiment oder Gefangenen-Dilemma, wo eben eine fiktive Story da war. Das sind zwei Verurteilte, die haben gemeinsam ein Verbrechen gemacht und die sollen jetzt mal gestehen oder nicht gestehen oder wiederrufen. Und die werden unabhängig voneinander interviewt über das, wie diese Tat war. Und sie werden aber auch informiert oder sie wissen aus dem Strafgesetz, was resultiert. Wenn einer gesteht und der andere gesteht nicht, dann ist der eine wird freigesprochen und der andere, der bekommt die volle Strafe. Wenn beide nicht gestehen, wenn sie die Tat abstreifen, dann droht ihnen eigentlich nicht so viel. Und wenn beide gestehen, dann bekommen sie auch eine ordentliche Strafe. Nicht die Höchststrafe, aber keine Strafe. So, wie würden wir in so einem Dilemma umgehen? Ich kenne den recht gut und der kennt mich recht gut. Und wir sitzen aber nicht in der Interviewsituation zusammen. Ich weiß nicht, was der sagt. Drehe ich jetzt, breche ich jetzt dieses Vertrauen, was zwischen diesen zwei potenziellen Täter steht und gehe auf meinen eigenen Profit aus oder halte ich dieses Vertrauen und wir gehen dann möglicherweise mit einer minimalen Strafe oder werden sogar freigesprochen hinaus. Aber ich gehe ganz sicher freigesprochen hinaus, wenn ich wirklich gestehe und er möglicherweise dann nicht gesteht. Das ist auch eine Frage des Vertrauens. Und da sind so spieltheoretische Elemente mit hineingekommen, die sehr stark heute, auch wenn wir über Vertrauen in Institutionen, Vertrauen in unsere Wirtschaft, Vertrauen in unsere Politik sprechen, Vertrauen in unser Finanzwesen in der Welt sprechen, wo solche Theorien uns mehr heute erklären als die psychanalytische Theorie, die uns auf der Ebene der Vertrauensbildung in der Urform, in der zwischenmenschlichen Urform erklärt. Das heißt, es ist schon gut, dass wir unterschiedliche Psychologien dazu haben, um so Vertrauensprozesse besser in ihrer Komplexität verstehen können. Wir alle haben Möglichkeit, möglicherweise, auch wenn wir viel an uns gearbeitet haben, viele Lebenserfahrungen uns bereichert haben, doch noch Bereiche, die nicht bei uns entwickelt sind, die angelegt sind, aber die noch auf unsere Entwicklung warten. Und die Trilogos-Methode ist eine Methode, die solche Inseln, die noch nicht entdeckt sind in mir, um die zu sehen, um die dann auch zur Blühe zu bringen in einem selbst. Die Trilogos-Methode ist sicherlich nicht die einzige Methode, die das auf diesem Weg einen Menschen bereichern kann, aber sie ist durch ihren Zusammenspiel zwischen den Ebenen der Kognition, des Nachdenkens und auch der Emotion, der Affektivität, die in uns ist und sich bewusst zu werden über seine emotionalen Prozesse und dann eben auch seinem spirituellen Bedürfnis ist die Trilogos-Methode etwas, was in bestimmten anderen Ansätzen der Persönlichkeitsentwicklung in der Psychologie ein Angebot macht, was nicht in allen Angeboten der Psychologie zu finden ist. Das ist das, was sie auch ein bisschen einzigartig macht. Also Personen, die insbesondere sagen, ja, es kommt schon auf das an, wie ich denke, es kommt schon auf das an, wie ich fühle, aber die Spiritualität ist mir auch ein großes Bedürfnis. Die findet etwas bei der Trilogos-Methode. Möglicherweise bei anderen mehr lerntheoretischen Modellen wird zumal das Letztere nicht so abgedeckt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017